Suchen Sie nach einem Bügeleisen, das Ihre Bügelarbeiten erleichtert. Dann könnte die Petra Dampfbügelstation PT01035 genau das Richtige für Sie sein. Beginnen wir mit der Verpackung und dem Inhalt. In der mit Grafiken und kurzen Infos versehenen Verpackung finden Sie das Bügeleisen selbst und eine Anleitung, die auch auf Deutsch erhältlich ist. Der Bügeleisenkörper besteht aus verschiedenen Kunststoffqualitäten, abhängig von den einzelnen Komponenten. Zu den bemerkenswerten Eigenschaften gehören seine 2600 Watt Leistung, eine Keramikplatte, eine Antikalkfunktion, ein abnehmbarer 1,5 Liter Wassertank, der laut Herstellerangaben 30 Minuten Dampf liefert, und ein Blockier- und Entriegelungssystem von der Basis. Außerdem ist der vertikale Aufbau des Bügeleisens sehr platzsparend und ermöglicht einen einfachen Transport, auch dank des Griffes am Tank. Des Weiteren ist das 1,9 Meter lange Stromkabel mit einem handlichen Stecker versehen, und das Kabel zwischen dem Kessel und dem Bügeleisen ist mit einem geflochtenen Stoff ummantelt und misst etwa 1,4 Meter. Nun zu den positiven Aspekten. Erstens ermöglicht die große Kapazität des Tanks lange Bügelsessions ohne ständiges Nachfüllen. Der abnehmbare Tank ist außerdem äußerst praktisch. Zudem spart die vertikale Ausrichtung wertvollen Platz und das Blockiersystem minimiert mögliche Unfälle durch Herunterfallen. Die Keramikplatte gleitet mühelos über die Kleidung und der Dampf wird kurz nach dem Drücken des Knopfes unter dem Griff abgegeben. Jedoch gibt es auch einige Aspekte, die Kritik verdienen. Die Verpackung scheint mangelhaft und nicht ausreichend schützen für ein Produkt, das während des Transports besser geschützt sein sollte. Darüber hinaus ist die Basis des Kessels strukturell zu schwach und könnte durch einen unachtsamen Stoß oder ein unerwartetes Ereignis leicht beschädigt werden.